Ja, Earth Hour ist eine Initiative, die es auf der ganzen Welt gibt. Und warum ist es so wichtig, eine Stunde lang das Licht abzudrehen, damit jenen endlich das Licht aufgeht, die noch immer glauben, Klimakrise gibt es nicht. Wir machen mit Gas weiter, mit Kohle weiter, mit Atomkraft weiter. Und man sieht hier lauter fröhliche Gesichter, die unerschrocken sind, mit der Klimakrise die Stirn bieten und dabei sind, dass wir die Zukunft gut gemeinsam meistern. Danke.